So, willkommen zurück hier bei Neverwinter In der letzten Folge haben wir den Ölpreis gesenkt und heute kommen wir uns darum, dass diese Leute da mal Ruhe geben Hallöchen Auf geht das Ich muss mich hinterher, wenn ich bin hier wieder falsch Ich glaube ich bin falsch Was? Du bist nicht echt? Nee Dicken Tett machen oder weiter gehen? Kommt drauf an, wo du bist Genau hinter euch Wir müssen hier wieder rausrennen? Nein Aber das haben wir Egal Egal Die Dicke sind durch, aufgetaubt 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 Das holt uns nicht Hm, da könnten wir uns holen Das bin ich nicht, das ist falsch Nein, wir gehen genau richtig Ja Das Problem ist, ich renne euch bei natürlich hinterher, ne? Und Daniel schon in eine ganz andere Richtung Ich fahre einfach das Leuchten Wir rennen wir wieder zurück, ne? Ja, müssen wir ja auch Was machen wir das denn? Wenn der Auftritt Passt doch nicht Ich lauf du jetzt einfach mal so nach Ja, stimmt aber Steht hier irgendwie zum... Ach nee, das ist ja schon wieder der andere Quest Ja, also wir rennen verkehrt, ne? Das war hinten im Lager Ja Ja, wir sind hier ganz viel Opfer, was das Ach, fuck ja, jetzt hat er bei mir den Sprung gemacht mit der scheiß Grenze Ja, gut, wenn ich so will, aber wir brauchen noch eine Hätte das sonst gar keinen Sinn ergeben, da irgendwie reinzugehen und einfach wieder zurück zu rennen Ja, weil aber mir hier... Ja, jetzt zeig ich dir so Ich kenn das Problem So, da haben wir mal kurz den Weg abgekürzt Hier rein! Ein Türchen schnell! Auf geht das! Mal gucken, was uns hinbringt Hallo? Ich zieh noch ein Kumpel her hier Ja, bring mal mit Wenn wir die ihm dann nicht wieder aufhören, würde ich sagen Mach da glaub ich, ne? Ja Natürlich Ja, natürlich Oh, das ist ein Angriff, das ist herrlich Das ist echt Wahnsinn an der Magie, wenn wir jetzt kommen die auf, ich komme zum Kampel her Jetzt seh ich Nu kämpfen Die Gegner nicht mehr Einen Moment mal, ich muss mal kurz was... Ahhhh Lorg... Lorg Platzbier Lorg 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 Oh, voll die Falle gehört Wo ist der Schwachkopf? Er ist blut Er ist blut 캐�iservaut Lorg Ja, wer vorhin nicht hält Ah, du Ärger mit den Tanks hier so man kommt für ein schon war er doch jetzt mal kurz halte so kurz was nachsehen guck ich mal hinten im raum rein alles besser war noch nicht da nö es sieht ja ziemlich ruhig aus hier war so ein nebenraum ja hier sind auch noch welche nebenraum nebenraum ich hoffe zu zweingang verdammt dort bist du ich glaube hier ist auch nichts nicht wirklich schätze bierfässer nichts für uns der tank läuft schon mal wieder vor seine aufgabe nur gut wenn der tank vor läuft gut und wo gut elf Wüter eine halbe Elfer zumindestens Magen so sieht schütze ich bin falsch das war scheiß knapp das ist ein bisschen das gleiche aus bei so umrohr so Lulufu das hat man früher alleine gemacht wo die gerade so an jetzt können wir hier frei das ist erstaunlich wie viel Geld die arbeitssklaven dabei ach das war schon der Boss den ich einen überpult habe und abdrehen ja das war wie gedacht dass es so schwieriger wird ok grüne Ruhe wir hatten jetzt einen coolen Gürtel bekommen Lachboy uh ich darf auch mal was haben eigentlich nicht Gürtel habe ich noch so richtig schlecht hat wahrscheinlich jeder ja also ich habe einen ja den hast du gerade gekriegt ne ich habe noch einen anderen mit Sockelplatz ey die erste Sache ne ganz ne geilen Sachen ganz kurz auf du ne ich glaube ich nicht mit Sockelplatz eben gerade hier die Kastenbelohnung habe ich mit Sockelplatz bekommen so ja ja lachboy ein meter hier rüber dankeschön wie da wollt ihr schon rein wo wird es gehen okidoki okidoki krimine Abbildung nehmen bist du glaubt man eigentlich ne so muss ich versuchen was ja sieht so aus wie praktisch berichte vom Schlachtfeld ja hab ich hier irgendwas in Option eingestellt also dass ich hier immer die Quästen nicht ändern kann das ist unbekannt ich hab was für den taktischen Magier ja warten eine durchdringende Robe durchdringend 66 Verteilung 17 oh und jetzt ist gerade Daniel weg ne er 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 ne 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 nehmt erstmal an wie wir den dann sehen ja ich hab angenommen so Reh, ihr habt angenommen? angenommen gut ne ich mach so an ne ich mach so an komm du wer auch immer du bist nimm diesen müsst jetzt an doch wohl los geht's weil ich da ist das hat doch schon die Idee hätte ich gar nicht gedacht hab gedacht sie dieses auch dieses komische Wellenabwehr ne 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 denn das ist jetzt ja echt original die INI ok erstmal Taschenleer machen wir werden sie gleich da auffüllen na ja vielleicht auch nicht ja ab hier bleibt nicht viel Zeit ne nicht im T-A-S-S wer ist das denn scha- äh schaffener Silber Dingens? keine Ahnung keine Ahnung ja genau so kommt da raus ihr Ratten kommt da raus ihr Ratten hm ok ok gut schön schön ein Krug ein Krug k mhm und ich annehmen natürlich ja das war's gut okay lachbäuer wohin und der zwergenschredder war lach bei deiner hofft aufgabe kommt schon noch irgendwie nach oder ja komme ich in einem falschen raum gerannt ja nur gut dass ich schon dreimal gerade fast gestorben wäre ich glaube das war gar nicht mal so verkehrt der grünen kristall eingesammelt das war doch am ende wo man da hinlegen muss stundersatz heute nicht so besser so ein problem das kann ich nicht der boss kann er machen wenn er möchte wir wissen alle Was ist denn sowas? Hallo, dann sitzt man vorbei Guck mir jemand so nah an Jetzt geht er unten, wie die Hunde Die halten schon ein bisschen raus, oder machen da hier ein paar Leute nicht? Die machen ja gar nicht mit da Tatsächlich Ja, das ist ein Ziel Ja, ich stehe Ja, ich kenne das nicht mit Ich muss schon sagen, Alter Ich kann ja nicht sagen, ich so viel aushalten Und dann mal schön nebenbei Berufe machen Ich sei da aber Ja, seine Schatzkiste Ich muss dich auf den Tank anpassen Mach dir doch Lauf dir mal los und hau dir mal drauf Damage-Dealer sind Vorstall da Ob so der Tanker, der kriegt immer Heilung Ja, für mich reicht Äh, reicht da mal eine Tante, die ich dabei habe Wo noch noch? Ich bin egal Ich bin egal Ja, ich bin egal Ich bin egal Ich bin egal irgendwelche handzeichen haut auf den boden war rekt er garstige aufs morium und voll in seine angebung gesprungen, das war wieder meine erste sahne also dass wir hier die vier jetzt machen und wo sind sie du kannst nämlich kräftig du kannst auch nicht gegen den typ denauten fallen Wir gehen hier schon irgendwie aufzuhalten. Eilung auf den Tanks. Super geklappt. Vertrauter Geist. Ich habe eine Nervensäge bis zum Schluss überlebt, ne der blöde Penner. Hm. Das ist gar nicht mal so einfach, hier die ganze Zeit von heile abzuhalten. Aber es ging. Da liegt ein roter Kastall rum. Genau, und irgendeiner hat da gleich so anders ne Blumen oder sowas eingesammelt auch? Hm, ich habe nur so ein Blümchen. Du auch. Die Feuerwehr bekommt überlänge, ist gar kein Problem. Das ist so. Ich muss beten. Ja, das kannst du mal. Schnell, lass uns beten. Jetzt kann sie losgehen hier aus. Hello. Oh. Du musst auch genoten sehen. Hm. Oh. 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 Da kommt der wieder. Kein Plan. Aber er wird sterben. Da kommt noch einer. das hätte sie sich anders überlegen sollen ich mag schon fällt die gegner gut auf was habe ich eindruck macht ihr das ich glaube hier war das wir machen wir aber mit machen alles ich muss meine kampf effektor unterschrauben ist ja gerade im gegner von der zahl nicht mehr und zwar ist das hier irgendwo am rand runterspringen gewesen ich schüppte einfach und das hier war das zuvor kommt drückt der fräßige die zwergenfräse ja lachen vorher geht aber nicht so nah du kannst du es nicht heilen doch ich wollte auch nicht wui wui Lass das sein, Junge. Der ist gerade gestockt. Ich hoffe mal nicht, dass hier gerade Bandicam erversichtlich ist. Das ist ja auch nicht immer hier die Frames anzeigen. Ne. Ich würd mich nur am Spielen. Naja, ist doch relativ gut. Sonst war ich ja nichts mehr, ne? Das war nur der Typ. So, wir sollten uns irgendwas sammeln. Wir sind gerade recht verstroht. Ich renne sowieso immer so ein paar Schritte hinterher, weil ich noch alles angucken, ob irgendwas liegt. Okay. Hübsches Level, das muss ich mal lassen. Ja. Jetzt kommen wir da auch zwei Orks. So. Sie haben kaum eine Chance gegen uns. Oh. Ja. Als Heiler würde ich auch voll weg kommen. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Fuck. Hier kommen noch zwei Stück, ey. Ja. Pull ihn mal her. Der Dick ist gleich down. Da geht gerade so eine Action ab. Ich hoffe mal, dass man euch noch hören kann in der Aufnahme. Ich habe euch eigentlich ziemlich laut gedreht diesmal. Das haben sie auch echt blöd gemacht, dass du hier auf F handeln ist, ne? Wie erstmal, wenn du irgendwas einsammeln willst. Ja. Hm. Das klappt nicht hoch. Oh. Oh, alles schon tot. ich glaube noch eine wilde gegend rum das ist ein bisschen mehr würdig das ist wahrscheinlich extra gemacht und wenn man mitkämpft war aus mitarbeiten ich habe es im botlau gut 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 laufen gleichzeitig talente vergeben da kannst du vergessen ist vielleicht nicht zwingend so gut ich habe auch kein talent unfähig wo es den bedenken geben sagt man eltern auch ein feindes feuer bei der geheimen tür diese lebte ihn ja in einem küchenschrank das ist nicht so was da war auch noch zu klein gefunden genau lachbohr da cool irgendwann haben wir alles für jeden was zusammen hier ist richtig fehlererfreuliche stufe fliegt immer geradeaus gehen auch mal andere sachen gucken vor dem boss kampf müssen ihre gruppe ja immer links von rechts gut was wichtig davor geht's abglauben so momentchen mal bevor wir jetzt da rein stürmen möchte ich mal kurz eine kleine folgen pause setzen ok leute ja das bricht geht halt überlaufen ok leute wir sehen uns an der nächsten folge das heißt macht den boss klein bis dann